Ich bin gerade in Stuttgart eingekommen und es ist mal wieder soweit. Eine erneuter Stadionwork wird für euch gedreht. Heute Deutschland gegen Ungarn, hinter mir. Begeben sich die Leute schon Richtung Stadion. Hier kippt gerade mein Koffer. Koffer um. Stimmung ist auf jeden Fall klar, Wetter ist gut. Bekämpfen und lassen Emotionen freilaufen. Mein Tipp ist tatsächlich 4-1. Ich bin sehr gespannt. Ich wusste auch gar nicht, dass das Wetter hier so geil ist. Ich laufe hier mit 10 Jacken rum. Versuche den Bumms jetzt irgendwie, irgendwo zu verstauen. Und dann haben wir es. Ihr habt gesehen, ich war ja beim Fremdmarsch. Die Männer begeben sich jetzt schon Richtung Stadion. Einmal ist Frontier vor mir. Der deutsche Nationalmannschaftsbus. Ja klar. Das ist es. Ich habe Bock. Letztes Spiel war eine 10 vor 10. Die Fans waren noch geil. Ich habe jetzt noch übrigens keinen einzigen Ungarn gesehen. Die Schotten waren dann doch in der Zahl krasser vertreten, würde ich sagen. Aber auch unfassbar sympathisch. Und auch nachher im Spiel gut gefeiert mit den Schotten. Hat Spaß gemacht. Hat er hier gerade mit dem Eischkuder entlang. Holy shit, ist da eine Polizei auf ihr Boot. Ich habe hier ein paar Leute getroffen. Was ist euer Tipp für das Spiel? 2-0. 3-0. 3-1. 4-1. 4-1. 4-1. Ah, okay. Keiner hat 4-0 gesagt. Ich sage 4-0. Wer trifft zu 100 Prozent, wenn ihr Geld draufsetzen müsstet? Undorf. 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 Warte, warte. Jonathan Tarn. Ich sage es hier. Okay, fang ich da klar. Ich sage Füllkrug, mach zwei Boten. Zwei Boten. Ich sage, es wird ein 3-1 für Deutschland. Ekliger Gegner. Ungarn. Ja. Also 3-1 Schoboschlein macht ein Tor für Ungarn. Ja. Bei uns wird es zwei Tore wird. Und man kommt fünf und rein und macht das Ding. So nämlich. Was meinst du? Ich sage 2-0 Deutschland. Mülliger macht das Ding. Passt. Und vorne wird es und muss Jala knallen. Stark. Was meint ihr? 3-1 Deutschland. 3-1 Deutschland. Du? 3-1. Passt. Hauptsache 3 Punkte und dann haben wir es doch. So ja Freunde, für die Leute, die es euch wussten, ich bin das erste Mal überhaupt in Stuttgart. Ich bin auch das erste Mal im Stadion von Stuttgart. Wetter ist jetzt 10 von 10, 25 Grad blauer Himmel, volles, metzvolles Brett. Und an der Stelle wollte ich mir auch einfach mal an Tops bedanken, die mich hier in der Stuttgart eingeladen haben für das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Wie gesagt, mein Tipp ist ein knackiges 4-0, zwei Tore Füllkrug. Ein Tor muss Jala, ein Tor wird zu einer Hamburgsdorf. Ihr kennt es ja alle. Sammelkarten, Spielspaß und Spannung, Kindheitserinnerung und so weiter und so fort. Das Ganze hat dieses Jahr Tops in die Hand genommen für die EM 2024. Geile Sachen könnt ihr gerne auschecken. Volles Met, volles Brett. Jetzt, wir sind da. Stadion, Stuttgart noch nie von ihnen gesehen. Soll geil sein. Soll tiefer sprechend sein. Wir spazieren da jetzt rein in den Fußballtemper der Stuttgarter. Sollkort, Sollkort, Sollkort! Geil, da sind wir doch. Die neue Ecke, jawoll! Die neue Ecke. Jawoll! Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, und drei, eins, das Ding ist over. Acht, sieben, sechs, fünf, 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 Wir haben uns noch ein bisschen gespielt. Ach, ein bisschen bisschen an den Mund. Wir müssen mal festhalten, im ersten Künftel. 15 Minuten ist auf jeden Fall deutlich spannender als im letzten Spiel. Nicht nur eine einseitige Klamotte. Hätte auch schon, dass wir gut und gern eins losstehen können für Ungarn. Haben wir noch mal schweigen gehabt, aber ich sag trotzdem, es wird ein 4-0 gegeben. Der Trick geht hier vor sich. Ja, stimmt. Wir haben noch eine Mission. 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 Wir haben uns hierher ein bisschen gestalten. Wir sind hier in Deutschland. Wir haben sich hier in Deutschland gestellt. Mann und Ouellen, wir haben den Tor in der Tour deines Mann und Ouellen. Teniales Prüfer! Feierabend, das Ding ist ober! 2 Minuten aus Bezahlen gibt es noch. Erste Hälfte entspannender als damals in Münchhoff, das damals geflüchtet war. Ja, hätte auch nichts anstecken können, so länger. Müsst auf jeden Fall noch ein zweites Schießen in der zweiten Hälfte. Schauen wir, ob auch was wirkt. Was wirkt. Pfeif ab den Bombs! Pfeif ab! Jaaa! ... der Sportler singt. Aber so schnell, Taschke, hat gerade noch gesagt, es hätte hier auch ein Prank stehen können. Aber es steht uns ein recht. Zum Glück. Man merkt, Deutschland hat seine Probleme, wenn wir ein bisschen unter Druck genommen werden. Die zweite Heimzeit beginnt, wir haben es die 60. Minute. Die erste 15 Minuten habe ich damit verschwendet, um mir Wasser zu rücken. Diesen komischen Becher am Wasser. Ich glaube, ich bin der erste Mensch, der es bestellt hat. Wie fangen Sie ihn jetzt ein? Raus mit dem Ding! Oh, oh. Oh, oh. Ja. So viel. Jaaa! Jaaa! Let's go! Come on! Ah, hier, hier! Kommos! Nachher! Oh, damerce ein! Fähере! 5 Jahre, 2 Jahre! Hoera! 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 Ja, komm, Marmol! Feierabend! Das Ding ist over! Let's go! 2-0! Die Stuttgart ist von der Erde! Was sehe ich hier? War das auf Wasser? Ja! Das war kein Wasser! Das war kein Wasser! Prost! Geil! Unbeschrecklich! Gänsehaut! Danke, dass ich jetzt da kam!